Respekt und großes Lob an die Freiwillige Feuerwehr in Ludwigslust. Dieses Thema stand im Mittelpunkt des traditionellen Neujahrsempfangs der Stadt am Donnerstag. Ganze fünf Freiwillige Wehren leisten einen ausgesprochen großen Beitrag für die Sicherheit der Bürger, betonte in seiner Rede der Bürgermeister Reinhard Mach. Außerdem unterstrich er die Wichtigkeit einer reibungslosen Freistellung der Ehrenamtler bei Privatunternehmen wie auch in der Stadtverwaltung. Viele lobende Worte fand auch der Spezialgast der Veranstaltung, der Innenminister des Landes Lorenz Cafier. Ich bin stolz auf die Frauen und Männer, die bereit sind, in schwierigen Situationen, unabhängig ob Heiligabend, Silvester oder was auch immer ist, für andere da zu sein und deswegen glaube ich auch ein Stück Selbstverständlichkeit, dass man als Kommunalminister, als Katastrophenschutzminister, als Innenminister auch versucht, Danke zu sagen. Einfach nochmal Danke dafür, dass ihr bereit seid, für andere Verantwortung zu übernehmen. Wir haben fünf Feuerwehren in unserer Stadt, die sehr engagiert unterwegs sind, im Ehrenamt für die Gemeinde tätig zu sein und da sind wir sehr stolz drauf. Wir sind eigentlich auf einem sehr guten Stand. Wir haben alle fünf Feuerwehren im grünen Bereich. Die Feuerwehr Hornkarten ist für 2019 ein neues Löschfahrzeug vorgesehen. Ansonsten haben alle anderen vier Feuerwehren, die da noch sind, haben alles neue Fahrzeuge bzw. Fahrzeuge, die noch nicht wieder ersetzt werden müssen. Auch für 2017 sicherte Lorenz Cafier den Freiwilligen Wehren und dem Katastrophenschutz in Ludwigslust sowie im ganzen Land eine vielseitige Unterstützung zu. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.